Und dann lege ich mir hier so eine Leckerli-Spur und rolle das quasi ein. Also er hat schon angesiedelt. Ja ich hab's gemerkt. Eigentlich wollte ich das ja nur mal eben erklären. Ja dann machen wir. Geh mit dem da hin und den Rest macht er selbst. Sieht doch lecker. Total simpel, ne? Und gerade diese kleinen Tricks, damit würde ich unbedingt anfangen, weil die deine Idee von Circus-Trix kriegen. Weil das was wir am Anfang gezeigt haben, die nennt man Klassiker, die sind ja schon nicht ohne. Auch für die Menschen. Und mit den kleinen Tricks kommt man rein ins Thema. Also er will den Teppich nochmal ausrollen. Ja. Ja.